Hallo und herzlich willkommen zurück zu Novgorod und unserem König Refil. Wir werden einen kleinen und aber effektiven Krieg starten gegen Turau und uns dieses kleine Häuptlingstum einverleiben. So, dann werden wir erstmal natürlich ihm hier den Krieg erklären. Wir wollen diese Grafschaft erobern und dann werden wir unsere Armee sammeln. Ich glaube, wir haben hier keinen Sammelpunkt. Dann werden wir das mal machen. Und hier werden wir alle ausheben. Los geht's! Die Zeiten und die Menschen ändern sich. Manchmal werden die, die uns scheinbar am nächsten stehen, zu Fremden. König Refil, lächelt meine Tante Eliana traurig, dass ihr tatsächlich einen Mord begehen könnt. Und ich fühle, dass es zwischen uns keinerlei Freundschaft mehr gibt. Ach, werte Tante, denkt doch an die schönen Zeiten, die wir zusammen hatten. So, auf geht's. Wir müssen uns hier tatsächlich beeilen. Das muss ein kurzer und effizienter Krieg werden. Und das sah schon mal ganz gut aus. Da können wir uns mal die Schlacht hier angucken. Wir haben alle 352 getötet. Das war jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm. Oder so schwer. Wir haben aktuell neun Champions. Und eine normale, ordentliche Güte. Alles klar. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Krieg ausgeht. Beziehungsweise eigentlich auch nicht. Ich meine, wir sind gegen 21 Truppen. 3000 gegen 21. Ich denke, der Krieg sollte tatsächlich kein großes Problem sein. Und dann haben wir auch dieses hier unten ganz gut unter Kontrolle. In den Krieg rufen. An den nachdenklichen König Refil von Novgorod. Ich fordere euch auf, unserem Bündnis zu ehren. Und mir bei der perislavischen Eroberung des Häuptlingstums von König Goat anzuschließen. So. Was will er erobern? Er will das erobern. Aber das gehört ihm doch schon. Okay. Das heißt, er will das hier erobern. Aha. Tritt als Tritt Krieg als Angreifer bei. Also ich bin mir jetzt echt ich bin echt unentschlossen. Bin ich ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, warum wir das machen sollten. Und vor allen Dingen, was er will. Ach, jetzt weiß ich. Der Feind ist er hier. Das ist er der Ganze mit 4000. Okay. Okay, okay, okay. Mit 1000. Ja, deswegen will er das auch machen. Mit uns zusammen. Und ich denke, von einem solchen Krieg haben wir persönlich nichts. Deswegen werden wir das nicht machen. Wir haben gesagt, wir sind mit als schüchterner Charakter kein Krieger. Und gerade als Pilger sollten wir auch uns darauf besinnen, dass wir maximal religiöse Kriege fahren werden, aber keine solchen Kriege. Das werden wir ablehnen. So. Dann machen wir mal weiter. Und die Belagerung läuft soweit ganz gut. und ich würde tatsächlich, also wir müssen uns ja auch weiter in Gensüden ausweiten, aber es ist demnächst eh egal, denn wenn wir sterben, und das sollte irgendwann ja mal passieren, dann ist eh unser ganzes Reich zerklüftet. Also da müssen wir so mal aufpassen. Aber gut, es wurde ein Krieg entschieden. Wo ist er denn? Da oben. Ah, okay. Ja, in die Richtung könnten wir uns natürlich jetzt auch noch weiter ausbreiten. Wobei das natürlich nicht zum Königreich in Novgorod gehört. Das heißt, das wäre in dem Fall tatsächlich auch egal. Nun gut, weiter geht's. Als ich unter die Decke zu Lil schlüpfe, erspüre ich voller Grauen ein triefendes Bläschen an ihrem Intimorgan. Wie konnte sie eine derart widerliche Krankheit in unser Bett bringen? Schafft euch aus meinem Bett für euren Verrat! Ich denke, das ist tatsächlich die beste Option, denn er ist ja ein religiöser Eiferer und ich glaube nicht, dass er in dem Fall seine Frau vergeben würde. Okay, dann machen wir mal schneller, dass wir das hier schnellstmöglich gewinnen. Täglicher Fortschritt 1,3. Ja. Ein Krankheitsausbruch, das ist ja durchaus gut. Vielleicht sollte ich auch die Pause wegmachen. Dann könnte sich hier ein bisschen mehr bewegen. Ein aufgebrachter Brunnen. Ihr habt 75 Prestige eingesetzt. Oberhäuptling Trifon verlor fünf Jahre lang 30 Meinung. Ja, dann soll es so sein. In den Krieg rufen Leute, 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 an den nachdenkenden König Refiel. So, dann wollen wir erst mal schauen, bei mir einen Anspruch durchzusetzen. Ansprüche sind uns egal, wir lehnen ab. Wenn wir in einen religiösen Krieg gerufen werden, dann werden wir das machen, ansonsten sind wir ein schüchternder Charakter und werden unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. So, es gab hier eine Schlacht gegen, achso, ja, alles klar, das hatten wir schon. Ein göttlicher Fokus. Seit etwa einem Monat habe ich immer wieder denselben Traum, in dem ich mich über Theologie unterhalte, und zwar mit Perun, Dajbok und Voda. Vielleicht haben sie mich auserwählt, damit ich ihre Kunde verbreite und sie belohnen mich dafür mit ihrem Segen ich werde. Um Reichtum und Wohlstand wissen, Wissen und Weisheit Kraft in jeder Schlacht. Ja, ich denke Reichtum und Wohlstand, egal was es auch bringt, ist eigentlich genau das Richtige für ihn. Wir haben Gefangene gemacht, sehr schön, damit ist der Krieg im Prinzip auch schon vorbei. Einmal hier geguckt, hier hat der Oberhäuptling hier ein wenig Land dazu gewonnen, da oben hast und dann können wir eigentlich auch in diesem Krieg beenden und die Forderung erzwingen. An den ekelhaften König Refiel mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um dieses Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich eurer Forderung nachgeben. Sehr schön. Und dann können wir das hier jetzt auflösen. Beziehungsweise wir werden ja überfallen. Es ist die Frage wo wir überfallen werden da oben. Da braucht man natürlich eine ganze Weile bis wir angekommen sind. Da werden wir aber trotzdem noch mal hingehen in der Hoffnung dass das reicht und wir haben jetzt wie bitte ein Eroberungskrieg Schütulmirische Eroberung des Häuptlingstums Thurau von wem denn? Ach Gottchen von ihm da unten. Was will er denn jetzt? Das ist ja komm wir bleiben da einfach stehen. Wo ist denn hier die Hauptstadt? Gibt es jetzt hier nicht so in dem Sinne. Dann bleiben wir einfach mal stehen und gucken. Wir können auch noch da gehen und gucken mal wo der Typ hingeht. und wir werden unsererseits genau perfekt und da treffen wir ihn und danach werden wir seine Hauptstadt belagern. Was der jetzt hier von uns will das ist unglaublich ein neuer Krieg haben wir mitbekommen wenig Kontrolle es mangelt hier an Kontrolle deswegen gibt es Schuldeisen das wird wahrscheinlich hier sein ja minus 20 Prozent steuern okay weiter geht's das hatten wir eine Bekanntschaft wurde gefangen genommen wir können by the way mal kurz in unseren in unser Gefangenenlager gucken und schauen was wir da alles machen können beziehungsweise ob wir ein bisschen Lösegeld bekommen kann sich 100 nicht leisten dann bleibt der drin Druckmittel interessiert uns nicht Druckmittel interessiert uns nicht Druckmittel interessiert uns nicht und ein Prutze ist also egal okay nichts da dann können wir weitermachen so der Sieg ist unser da gucken wir mal gerade hin wir haben aber tatsächlich nicht alles getötet 31 verloren 125 sein leichtes Fußvolk da ist auch ein bisschen was verloren gegangen aber er hat noch was übrig also seine Armee ist nicht vollends geschlagen okay nächster Lebenswandel da hatten wir ja gesagt wir gehen hier lang Vasallensteuer plus 10% architektonische Expertise von unserer Frau ja sie hat uns oder sie ist fremd gegangen das werden wir ihr so schnell nicht verzeihen so dann werden wir mal seine Hauptschapel lagern Olena wird erwachsen ich bin stolz darauf meine Tochter nicht mehr als Kind sondern als Erwachsene zu sehen und lange Zeit hatte ich gehofft dass es nur einen guten Mentor braucht um sie die Feinheiten der Verwaltung näher zu bringen doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen nur wenige dürfen von ihrem Verständnis des Lehrstoffs beeindruckt sein doch wenigstens hat er sie ein Grundverständnis für die Verwaltung und eine sinnvolle Sparsamkeit gelehrt das heißt sie kann oh guckt euch das an Kriegsführung 10 und Kampfgeschick ja Verwaltung 6 aber sie ist zumindest für Kriegsführung und Kampfgeschick nicht schlecht muss man sagen und wir können tatsächlich für unsere Tochter mal einen entsprechenden Ehepartner suchen das haben wir vernachlässigt tatsächlich er hat einen er ist auch vergeben sie ist nicht vergeben sie ist vergeben und die beiden sind auch nicht vergeben ich würde sagen bei denen warten wir noch aber dass sie nicht vergeben ist das geht ja gar nicht also auf jeden Fall matrilinear und dann werden wir das mal nach der Bündnismacht sortieren und das ist in Schelmno kann man ein bisschen rauszoomen wo ist der denn das muss hier unten irgendwo sein richtig da ach das ist hier das Häuptlingstum Thurau das ist ein Neffe Minsk das wäre das wäre natürlich interessant wenn er hinterher wenn er hinterher im Prinzip wenn es hinterher zur Teilung des Reichs kommt das sind alle interne Sachen wer ist er die sind auch noch ziemlich jung Neffe und Champion Helgi Halowitschk das könnte man natürlich auch machen das bringt ihr nur nix ich würde tatsächlich überlegen ihn zu nehmen unersättlich zufrieden und zynisch wo ist denn das Häuptlingstum von Wietzbeck ist das hier oben irgendwo ach da okay ich würde sagen das ist ja in unserem Reich das können wir ruhig machen wir verlieren minus 100 und er erhält 400 ja das machen wir trotzdem Vorschlag abschicken okay weiter geht's ja passt wunderbar und dann werden wir hier mal die Hauptstadt Bündnis aufgelaufen eure Bekanntschaft Fedosia ist verstorben und das Bündnis Mondhäuptling Ingwer ist ausgelaufen das ist wer ach in Preslav mein Bündnis ist beendet da sie nicht länger verheiratet sind eieieieiei warum das denn das ist ja doof das heißt wir müssen für unseren Sohn im Mann jetzt auch noch eine neue Ehepartnerin finden aber jetzt würde ich tatsächlich gerne mal ich würde tatsächlich gerne mal die Politik außer Acht lassen und den Fruchtbarkeit auf jeden Fall fruchtbar gesund Religion Slovianskanisch Kultur ist egal Eigenschaften Beerbliches so dann wollen wir mal gucken ob wir hier was Schönes finden das wir haben sie ist schlau oh das würde natürlich auch schlaue Kinder bedeuten kerngesund ist auch nicht schlecht schlau die sind aber auch tatsächlich ein bisschen zu alt gierig ungeduldig und treuherzig Tochter von Häuptling Eugene das würde hier ein kleines Bündnis bedeuten ich würde tatsächlich sagen dann nehmen wir die gute Dame sehr schön und jetzt bin ich auch froh dass wir tatsächlich keinen Krieg angefangen haben sondern ja uns auf unsere eigenen Sinne berufen haben wir jetzt hier schon wieder was gewonnen oder war dieser Zipfel doch der Zipfel war glaube ich schon ja ich glaube der war tatsächlich schon so weiter geht's hier unten wir müssen wir müssen mit der Belagung gleich durch sein wir verlieren hier auch wir müssen hier wir müssen hier echt weg denn wir verlieren hier ihr seht das 6% unsere Vorräte sind leer wir müssen hier sobald das erledigt ist müssen wir hier raus und auf eigenes Gebiet wieder gehen ansonsten wird das für unsere Armee langsam kritisch in meiner Audienzkammer spielt sich eine dramatische Szene ab als meine Vasallen Häuptling Jaroslav behauptet Karl Sohn meines Vasalls Häuptling Okko seine Gemahlin geschwängert zu haben Häuptling Okko behauptet und rüstet dass es kein Beweis der Schuld seines Sohnes gäbe und selbst wenn er es war ist es doch eindeutig die Schuld von Ingrid wenn sie sich jedem hingibt der Streit wird hitziger und ich muss etwas tun bevor die Dinge aus dem Ruder laufen ja die sind beide glaube ich da oben wer ist denn er er ist auch ein Pilger Vasili wo genau ist er denn hier in der Mitte des Reiches er mag uns er hasst uns ja da stehen wir natürlich auf seiner Seite ist ja ganz klar und Jaroslav ihr werdet die Gerechtigkeit bekommen die ihr ersehnt Jaroslav er schuldet Jaroslav nichts wir werden das hier nehmen wir sind schüchtern mischen uns da nicht ein Jaroslav ist also wir mögen Jaroslav und damit hat sich das Thema eigentlich auch erledigt meine Gemahlin Lidl ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern sie war in letzter Zeit so distanziert so Gedanken verloren und auch kaum mehr bei Hofe missfallig er hat sie vielleicht nur etwas zu tun oder könnte sie vielleicht ein fremdes Bett bewärmen habt ihr eine Affäre Königin wie könnt ihr so etwas auch nur sagen ich könnte nie eine Affäre haben okay das ist gut werte Königin so ich hoffe das Thema wird sich hier bald erledigen ja das Thema ist durch die Forderung können wir jetzt erzwingen und wir haben ihn sogar gefangen genommen das ist sehr gut dann gehen wir hier wieder zurück beziehungsweise wir können unsere Armee auch direkt auflösen okay bei der Belagerung Gefangene gemacht wir haben kein weiteres Land dazu bekommen aber wir können mal unsere Gefangenen angucken das ist einmal der gute Ivan einmal er hier der bringt auch nichts und er will auch nichts und auch er bringt nichts beziehungsweise sie okay dann können wir hier gleich drinnen bleiben und wir sollten auf jeden Fall einen Arzt suchen weiter geht's der Krieg hier unten ist eigentlich ganz gut gelaufen was wir nochmal gucken könnten ob wir irgendwann die sind bei 3300 wäre halt durchaus eine Option dass wir hier mal reingehen oder vielleicht auch in so kleinen Sachen wie Cesari obwohl die haben extrem viele Verbündete muss man sagen na gut so Hofarzt Fedosia ist ein angesehener Arzt wow mit 17 und sie kann nichts Fedosia ist denke ich mal dann eine doch recht gute Wahl weiter geht's dann können wir noch einmal zum Hofe gehen und unsere Gäste angucken ich denke ein paar gute Soldaten kann man immer gebrauchen 15 ja Bauernführer Furtner ist die Frage ob wir noch mehr haben hier 9 ich weiß nicht ob ich ihn wirklich möchte weil er ja auch ein Bauernführer ist ich möchte halt nicht dass er sich da in irgendwelche Angelegenheiten einmischt muss man sagen Geheimdokumente verschwunden ihr habt 20 meinung von oberhäuptigen Helgi verloren weil Geheimdokumente verschwunden sind er ist nämlich nicht in der Lage diesen Job zu machen Verlobte können heiraten ja ich würde sagen das sollten wir auch tun ausgezeichnet weiter geht's und wir sind immer noch nicht in der Lage hier wirklich weiter zu gehen 11 Jahre noch das ist natürlich doof wir müssen bzw. wir sind wir sind echt nicht die besten was das Ganze hier angeht wir sollten wir brauchen das aber um vor allem auch irgendwann mal weiter zu gehen ins Frühmittelalter und dazu fehlen noch fünf Entwicklungen wow Malusia wird erwachsen so wir gucken mal was sie bekommen hat charismatischer Verhandler und das gibt sechs diplomatie sehr cool elf hat sie jetzt ihr sohnemann ihr sohnemann sieht genauso aus wie sie sie ist unersättlich ehrgeizig paranoid und ihr sohnemann sitzt da und ja okay so dann gucken wir mal was hier oben los ist niedrige gemeindekontrolle in Turau das liegt bei zwei Prozent ja wir sind schon dabei hier oben ein bisschen was zu machen jetzt müsste ich mal gucken wo unser Rad gerade ist unser wo ist er wo ist er da unten er ist den Tichwin gerade zugange das ist da oben da ist die Kontrolle bei 40 Prozent da würde ich tatsächlich noch weitermachen und danach kümmern wir uns um die Kontrolle unten das bringt hat natürlich auch den Nachteil dass wir im Moment überhaupt kein Geld bekommen weil die Kontrolle so niedrig sind doch keine Aufgebote das Reich verliert Wand Land wenn der Vasall stirbt wer was wo wann wie echt okay warum Häuptling Xenia euer euer Vasallen Häuptling Xenia hält Titel die von Herrschern geerbt werden die nicht eure Vasallen sind okay sie hält das hier und der Haupterbe ist Oberhäuptling ach weil sie keine Kinder hat Mist 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 das ist natürlich ärgerlich ich denke ich hoffe das Thema wird sich erledigen sobald sie 16 ist und sie mit ihrem Sohn mit ihrem Herrn Gemahlen Kinder haben kann ansonsten könnte ich ihr das natürlich auch den ich kann das nicht mal aberkennen weil sie ja kein direkter Vasall ist das ist natürlich ärgerlich okay dann hoffen wir mal dass sie noch Kinder bekommt ansonsten geht das natürlich an jemand anderen denn wir erinnern uns dieses ganze Land hier das hat ja Häuptling Boris für uns besorgt und Häuptling Boris hat das ja mit einem kleinen aber effizienten Krieg gemacht gegen die Litauer und hat hier und hier unten riesige Ländereien bekommen das hat für uns sehr schlechte Folgen unter anderem auch dass er hier diesen ganzen Kram erben wird weil er wahrscheinlich gegen ihn gekämpft hat und jetzt werden wir auch noch erpresst ich lade euch hiermit zu einem fest mal am hofe ein das müssten wir leider annehmen weil wir jetzt erpresst werden und ich habe weise dafür dass ihr euch mit Dämonen eingelassen habt wenn ihr wollt dass ich schweige werdet ihr tun was ich sage Häuptling das wird selbstverständlich abgelehnt ihr habt die Eigenschaft Hexe erhalten mein Vasall Häuptling Okko hat meine Praktik als gottlos und unverzeihbar denunziert jetzt schimpfen die Leute mich als Hexe und der Feind aller guten Mächte und dafür würde ich sagen wir können ihn nicht mal einkerkern er wird nicht annehmen und wir werden selbst verständlich alle Titel aber erkennen was nicht mal funktioniert hier oben er wird nicht annehmen und Häuptling Okko ablehnt wird er sich mit anderen Vasallen erheben wir haben kein Druckmittel das ist extrem ärgerlich wir erhalten die Eigenschaft Hexe lasst uns doch mal gucken was das uns bringt und das ist sogar ein Verbrechen das heißt wir können eingekerkert werden jetzt wird es echt interessant wir haben zwar viele Verbündete aber von diesem Drecksack Häuptling Okko den unser Vater oder unser Großvater hier ins Reich geholt hat und der hier oben irgendeinen Mist veranstaltet werden wir uns nicht in die Suppe spucken lassen definitiv nicht wir sind leider nicht in der Lage mit einem Mord zu antworten wir könnten ihn heiraten ich glaube aber nicht dass ihm das gefällt und wir machen mal weiter und unsere sündigen Taten haben ihren Preis dafür das Druckmittel von Oberhäuptling David gegen euch ist ausgelaufen logischerweise wir sind jetzt als Hexe bekannt so und tja mal schauen ich glaube noch können wir es nicht schaffen das wäre halt durchaus eine Option es fehlen noch 31 die Jure 500 und wir benötigen zwei Königreich Titel das wird also noch ein bisschen dauern also weiter geht's als Hexer und ein Lagerhaus wurde gebaut sehr gut dann können wir hier mal gucken vielleicht können wir das ausbauen nee dann könnten wir aber in eines unserer weiteren Länder rein die wir halten lasst uns mal schauen hier unten können wir in Lukholm könnten wir das eigentlich auch machen und ein weiteres Gebäude errichten ich denke da wir selbst geizig sind würden wir anfangen mit Märkten die uns mehr Steuern bringen sehr schön weiter geht's die Lagerhäuser wurden gebaut das ist gut schwindende Kontrolle ja das hat es war zu erwarten aber ich meine wir haben ja nur Idioten eingestellt weil wir schüchtern sind uns nicht getraut haben mit anderen zu reden das ist leider der Lohn dafür wenn ihr euch an einem Karpfen wenn ihr an einem Karpfenteich interessiert seid kann ich euch einen hervorragenden bauen der Baumeister hat von mir eine gute Referenz und meine Höflinge scheinen auch sehr angetan zu sein jetzt ist die Frage was soll ich denn bitte mit einem Karpfenteich ach als Hexe natürlich jetzt ich habe ganz vergessen natürlich er wird selbstverständlich aus den Karpfen die Zukunft lesen ja dann braucht natürlich auch Karpfenteich ganz klar ihr bekommt natürlich alles was wir benötigen und auch er lädt uns zu einem Festmahl ein und das werden wir ablehnen denn er hat nichts für uns übrig ok und damit endet auch diese Folge ich danke euch zu gucken bis zum nächsten mal macht's gut euer strategie tschau tschau